Die Auftaufunktion ermöglicht ein rascheres und schonendes Auftauen als auf dem herkömmlichen Weg. Das ist perfekt zum Auftauen von tiefgekühlten Lebensmitteln wie Obst, Kuchen oder kleineren Fleischstücken und ist hygienischer als das Auftauen auf einer Arbeitsplatte. Drehen Sie den Regler einfach auf das Auftausymbol. Bei dieser Funktion erzeugen die Heizelemente keine Hitze. Der Ventilator saugt die kalte Luft von den tiefgekühlten Lebensmitteln ab und verkürzt so den natürlichen Auftauvorgang um bis zu 50%.